Waza Leute, hier ist wieder Draglines mit einer weiteren Stream-Ankündigung und zwar für heute Montag, den 10.06.2019 ab 17.30 Uhr geht es los mit dem hoffentlich endgültigen Finale von Kingdom Hearts 3 Critical Level 1. Wir müssen nur noch die letzten drei Final Bosse schaffen und dann haben wir es, sofern es ein nur noch ist, je nachdem wie lange es dauert, je nachdem wie lange ich brauche. Aber zwischendurch gibt es ein paar Unterbrechungen durch E3-Pressekonferenzen um 19 Uhr mit der PC Gaming Show und ansonsten um 22 Uhr gibt es auch noch eine. Deswegen, ich hoffe ihr seid dabei. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Feiertag und man sieht sich demnächst. Es ist auch nicht gesagt, dass wir Kingdom Hearts 3 heute schaffen, aber ich plane es, ich plane sogar Pressekonferenzen sausen zu lassen, wenn ich Kingdom Hearts 3 nicht wirklich schaffen sollte. Deswegen schauen wir einfach mal, ne? Bis dann, 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 ne, tschü, dann.